in Jerusalem unterwegs zu der ersten Raum Wir haben hier ne Kack Pumpgunz Hab da keine Waffe? Kein Spieler gesichtet Nö Ohne Aufmerke liebt Pistole ist schlechteste Waffe Ich hab aber ne Headcanon Ich hab die Gegner Ich gibt's auch so viele Kisten Ich hab die Jiggy Joggerjacks Nicht Jiggy Joggerjacks Hast du die? Ich bin ein Lacker Oh 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 Ich hab aber davon ne legendäre Headcanons Ich habe Mies Ich hab ein schweres Stummengewehr Ja Die heißt auf Epic Kann ich natürlich nur reinschreiben So Aber die Grafik sieht da jetzt wirklich so aus, Digga Wegen 60 Epic Und so Wow, Snur Lecker Ähm, hast du Minis? Ich hab nur Minis, komm her, komm her Komm her, komm her Komm zu mir Oh der Ping ist wieder mal auf 200 Nicht meine Headcanon-Clone Nicht meine Headcanon-Clone, klar Ja 200er Ping Digga 200er Ping Komm jetzt zu mir Komm jetzt zu mir Ich hab noch keine Schotten, Digga Mach grad Komm Ich hab ne Tactical-Bande gemacht Komm Ja komm zu mir, Junge Das gibt's keine Minis Die kriegs eins Ja Ich geh mal an mein Haus Da wirst du ne Tactical finden Digga, ich brauch ne Pumpkin Ja, oder ne Tactical Ich brauch ne Pump, oder? Okay Genestens hast du nicht Tactical-Clone nix anfangen Okay Also ich will die nicht haben, dann so Ja, guck mal richtig, wie sie sind Big Ines, Big Ines, Big Ines Oh, Jacky, wir haben meine Lieblingswaffen noch Ich hab auch ein Big Ines Hast du Jacky, wär blau gefunden? Ja, das war meine Ja Nein, ich hab sie aus einer Truhe bekommen Lol, doppelt Und bei mir ist ein Bei mir ist ein Buki-Bombs ne Und 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 Klau, wo die Accurate sind Guck mal, hier drinne Ihr den kack Buki-Bombs Was denn so? Ja, nehm ich auch mit Ich hab hier Stück Pfff Das ist halt ok, ne Dann kann ich einfach alle voll sprayen mit meiner Scar Und mit meiner SMD Und ich hab noch ne AKP Ich hab ich schon Okay, genau Und genau in dem Haus, wo ich grad reingegangen bin, nackt da auch noch Also 60 FPS sind halt echt heftig, ne? Also das sieht richtig flüssig aus Ah, ich hab doch ne Truhe gefunden Wäre diese Warte, schon mit der Ruhe, ne? Wäre die... Jetzt noch ne AKP Oh, Minis Ich kann das auch nicht mitnehmen Ich brauch mein Jagdgewehr Ich brauch mein Jagdgewehr Ich brauch meine Headcanne Wann machst du Abozocken? Abozocken mach ich ungefähr um 13 Uhr vielleicht ein bisschen früher Aber spätestens um 18 Uhr Ich zieh grad nur Schildsachen, aber ich kann sie alle nicht mitnehmen Weil ich mein Jagdgewehr brauch Ich brauch mein Headcanne Ich brauch mein Shotgunne Du brauchst ein Jagdgewehr also Wer braucht ein Jagdgewehr? Was ist denn das überhaupt für ein Jagdgewehr? Ich kann damit mega tanken Ich spiel nie sniper, Digga, weil du weißt doch Was ist denn mal? Bleh Och man, Minis Ey, hier ist ein Car Hast du dich? Ich wollte da einsteigen Jaja, lass dich mal in die Tasten machen Was ist los? Bruder, ich bin eingestiegen Ich dachte, ich bin in den... Nicht in dem Fahrzeug Aber bei deinem Fahrer sitzt Ich bin dann einfach auf dem Arsch geführt Komm, Digga, Pumpgun Feuer, Pump Wow, wieder eine AK Und Minis Und Minis Ich kann sie auch nicht mehr mitnehmen Ich kann sie auch nicht mehr sehen Ich kann sie auch nicht mehr sehen Ich weiß, Jagdgewehr weg Ja, ich hab sie endlich Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ich hab die Spaß zu wollen Ja, 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 ja Ich hab die Spaß zu wollen Ja, 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 ja Warum hast du die Bukki-Bohm-Wertgeschwissen? Das sind vier Schiffe Und ich mein Kack, ja Ich kann die nicht mitnehmen Noch ein Wiki Ich hab drei Wigis Ich, ich, ich geb dir ein Angebot Willst du ne goldene Netcan Ey, warte, warte Hier, hier ist ne Sniper Hier geht der Okay, danke Hier Ich, ich geb dir noch Moni Ich hab genügen, Moni Ich hab genügen Ich hab genügen Ich hab genügend Achso, okay Ich hab eine Flüsse Ich baue den Ich baue den So, Leute, erste Runde, ihr wisst bescheidiger, wir müssen erstmal noch ein bisschen einspielen, weil es erstmal ein bisschen einspielen, weil es und meine Helmphilchen schön ist eingeschaltet, was geht, grüßlich Ehre-Mods wieder am Start Kann ich mitspielen, natürlich jeder kann mitzocken, um 13 Uhr machen, dann muss ich abo-zocken, gleich noch bis früher, da kann jeder mitspielen, egal ob PC-Spieler, PS4-Spieler, Handyspieler, Xbox-Spieler, Nintendo-Spieler, das ist halt unwichtig und ihr müsst auch gar nicht gut sein, also ihr könnt auch, äh, auch wenn es sein, keine Ahnung, das ist mir unbedingt okay, ihr müsst nicht hierfür sein Vater sein, so Stimmt Weil viele fragen ja auch, ob sie noch gut sein müssen, aber es ist mir nicht wichtig So, wir gehen zum Berg, ne, let's go Und wie gefällt euch die neue Qualität? Würde ich auch mal gerne wissen Also ich find die Bombe Also einfach, ich find die richtig Äh, Gegner auf den Berg Ich gehs Ich hab' einen Keep-On zu werden, wo es jetzt kam Er ist One-Shot Einer One-Shot Schmeiß Ich bauch mich von oben einmal Bin bei denen Ey, die, er ist einer weiter Ein Headshot Hast du ihn? Einer ist um Einer ist noch hier Er ist aufm Er ist da hinten Nicht rushen, witzig Ich möchte nicht, dass du stirbst Ich hab' den Malz gelegt Ich schaff' das schon, alles gut Ich hab' den Malz gelegt Einhütz Hab' den Gut, Robo, und du? Gib mal Minis, Bruder Ich hab' alles für dich, komm' her Ich sag' ich bin echt noch nicht eingestellt Danke, dass du mich auf Full-Leben holst Ja, natürlich Ja, ihr habt genug dafür Gute Qualität, ja, mal hier Also das sind alle heftig, super Perfekt Ich hab' noch'n Lagerfeuer, komm, komm Komm, 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 komm Rauch ich nicht, brauch ich nicht, ne? Rauch ich nicht Aber ich brauch' So, mach' ich Hier ist die Kackpalle Kann ich mitspielen, natürlich Jeder kann mitzocken 13 Uhr mach' ich ganz großes Abo zocken Vielleicht auch ein bisschen früher Da kann jeder mitmitspielen Egal nur PC-Spieler, PS4-Spieler, Handy-Spieler, Xbox-Spieler Und nicht mehr So Bruder Ich war heute beim Friseur, geil, Digger Bruder Ich hab' fünf Fuggybox Die war schon lange nicht mehr drauf Gib mal das an Fünf Fuggybox, die musst du auch mal benutzen, Digger Ja, da musst du dich grad noch nicht benutzen Weil Warte, ich hab' ne, du nimmst die Handkanone, weil du bist besser damit als ich Und ich nehm' die Boogie-Borms, ok? Das ist besser, weil ich kann mit Boogie-Borms-Ritiko dominieren Hier ist unser Ein Typzeug mit 3... 800 m Ja, sie sind hierher geflogen, deswegen So, in den hinteren Sitz Nimmst du meine F.A. an? Nimm ich nicht mit D.A. an? Wann ist alles gescheit? So, Remi, Tripods, schön, dass du eingeschaltet hast. Was geht? Grüß dich ich hab's nicht gesnipet was werden gesnipet merks jakt gewährt das flugzeug wir müssen pushen kommt das ist mein flugzeug von hier hat jemand gesnipet hat jemand gesnipet ja wir haben das fliegt sogar das schlugzeug er ist abgesprungen er ist abgesprungen die beide abgesprungen ich hab'n jumppad ne ich glaub die haben wieder gutes jacke wie ich komm von mir runter geschossen ich baue oben noch jemand er hat mich so krank er hat noch zwei junge alter weil der eine noch da vorne ist da vorne noch jemand direkt bei mir kommt oder ich kann mich nicht bewegen hat mir alles gut soll dass ich mit der boogiebombe getroffen mein fehler hoch kläger komm mal mehr um 13 uhr leute da noch ein bisschen früher hast du auch das ganze leben genommen ich hab mal her ich hab camping feier geil geil sogar zwei stück falls es nicht reicht gib mir eine bandage schnell ich brauch'n bisschen shotgun und hat nur neun schuss ähm clown nicht beim spielgewehr ich hab'n sehr krass viel danke man oha junge ich hatte 100 Stück so wolltest du den Wignis nicht okay dann nimmst du mit äh ich nehm auch ach so wollte du den Wignis okay bruder ich hab'n gerade keine Zeit ach so okay ich weiß doch ich bin schnell so ich behalte auf jeden Fall die Heilung und äh meine drei boogiebombe das ist richtig nur ob funktion hat echt gut und so sollte man auf jeden Fall auch sparen Okay da hast der ja auch gewährtyp und geht auf der ja auch gewährtyp soll ich übrigens aufpassen warte auf mein Zeichen war doch mein Zeichen warte auf mein Zeichen du ganz leise mein Zeichen ist mein Zeichen ist wenn ich schieße okay dann ist das Zeichen ich weiß ich gehe ganz gut rein ist drin ist es noch nicht so weit das ist gerade zu viel Einer kann ich perfekt snipen Headshot Okay mach finish und dann gehen wir weg Ich kann ihn grad nicht finish Jetzt Perfekt jetzt weg hier Das war ja easy Gut gemacht Sehr gut gemacht Headshot gegeben und dann abgehauen Ich hab tausend Metz ne wenn du was brauchst Ich hab über tausend Metz Okay Dann sollte man nix Ich hab 2000 Metz Okay Ah der Ping ist manchmal auch 100 Aber das geht Ah ich merke das Loot Drop komm 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 Fertig einbauen Kommt los Ich werd nur geradeaus ne So hab Receiver ausgemacht Hab der Receiver schon ausgemacht Oh ne Boah Taschenriss Ne mit Ne mit Vielleicht Weißt du ja Sniper weg Geiles Sniper Muss mitnehmen Muss mitnehmen Warte ich Warte komm Sollen wir das jetzt benutzen schon Nein 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 du musst du oder ich ne wittige Okay benutzt 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 Das ist Hätte genau Noch Ich hab doch gesagt wir so bleiben Bleiben Aber rechts links bewegen Guck mal 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 Ruhl noch und verabschiedelter kommt Wenn du noch ein Slot bekommst Da kannst du es mir geben Auch ich mache Guck Aber ich habe fünf Kills geläubt und also noch fünf Kills fünf Kino und das macht Sinn dreimal ganz drei Becks mitnehmen und auf »Geschild« zwei Slot zum Aufmerkauf »Geschild« 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 Ich auch. Gegner vor uns. Guck, da. Und die tust nicht. Hab ihn zwei Älter zu gegen 67er. Ich hätt ihn geholt. Ich hätt ihn geholt. Ich komm zu ihm. Er ist allein. Das weiß ich. Er ist ein Gegner. Oh mein Gott, ohren. Ich hab jetzt schon zwei Schüssel gemacht und hab... Er ist über uns. Ein Hit. Er ist gut. Ich hab ihm auch einen Hit gegeben. Boah, er hat mir 150er Pfand gegeben. Ah, es wird tot von hinten umgebracht. Okay, okay. Ich geb dir Heidung. Ich geb dir Minis. Auch mehr Minis. Zubauen, zubauen, zubauen. Noch ein Minis vielleicht? Ich bau zu, ich bau zu, ich bau zu. Nein, du trinkst, ich glaube jetzt. Noch hoch. Oder doch, ich geb dir noch Minis. Ich hab noch Minis gegeben, hab noch Minis gegeben. Warte, ich komm nicht. Nimm den mit. Nimm den mit. Gib dir alle Zeit, was ich brauchst. Die Bandage. Die Bandage. Das ist nicht gut. Du, 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 du? das ist wichtig also wir müssen schon die Nähe davon komm 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 war das sind die Lassen nicht los Vega du hast einfach die Treppe getroffen und ich den Spieler ja das war aber paar Zentimeter trotzdem das wäre so close die beiden Leuten Bigness gefunden oh kann ich er kann nicht trinken ich kann ich lehnte ich kann 74 Leben egal ich brauch den trotzdem ja trink trink damit ich nicht sofort Pump One Hit bin aha wichtig da musst du mal überlegen ich hab mal Boogie Bombs die Gegner nicht immer oh alle sind sauer pfuschen pfuschen ich weiß es sind alle oben boah haltiger ich bin roter gegangen nicht so schön ein Hitz 100 100 schon war scheiße ich komm nicht hoch scheiße ich komm nicht hoch er hat nur noch von 100 stumm erfasst das ist der letzte kacke ich komm mir gar nicht durch zu viel ich komm auch manchmal nicht hoch Digga ist verrückt ihr alter er struggelt er struggelt obwohl er ist richtig gutig er haut ab er haut ab er ist bei mir er holt sich noch mehr high ground Digga der wahnsinnige ich bin bei ihm drinnen ok er hat mich fast er hat mir fast Schaden gegeben Rade Bruder hab noch so Rade okay Rade nervt eil er ist richtig stark ist wo ist der Typ er ist genau über uns Ich kann nicht mehr bauen. Er hat sich umgebracht. Schau wieder gewonnen mit fünf Gills. Er hat sich umgebracht. Schau wieder gewonnen. Sogar das ist über die erste Runde. Ich hab' noch runtergefahren.